Meiner Meinung nach ist ein vernünftiger Tarifabschluss maßgeblich dafür verantwortlich, den sozialen Frieden in diesem Lande aufrecht zu erhalten und wieder zu verbessern. Wir sind gebeutelt über die letzten Jahre von einseitigen Handelnden der Arbeitgeber und die Kollegen haben da keinen Bock mehr drauf. Unsere Forderung 7% mehr Lohn, 170 Euro für die Auszubildenden und eine Laufzeit von 12 Monaten. Und dafür kämpfen wir. Wir brauchen schon einen ordentlichen Stipp aus der Pulle, weil durch die hohe Inflation letztes Jahr ist doch reichlich Geld aus dem Propranier rausgeflossen. Wir hatten letztes Jahr eine Inflationsausgleichsprämie, die war gut, aber die ist jetzt weg. Und deswegen ist das Geld jetzt auch wieder knapper geworden. Wenn man die Arbeitgeber klagen hört, die klagen auf ganz hohem Niveau. Ich glaube, das ist eine ganz gerechte Geschichte, wenn wir hier 7% durchbekommen. Im Betrieb geht es gut, Auftragsbücher sind voll. Massive Gewinne sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten einfach immer abgeflossen. Das heißt, sie sind in die Vermutterkonzerne gegangen, in die Anteilseignale gegangen, aber es wurde nicht reinvestiert. Weder in die Ausbildung, weder in die Maschine und Infrastruktur, noch in uns als Kolleginnen und Kollegen. Prämien gibt es gar nicht mehr, trotz jedes Jahr überschlagener Wachstumsraten. Das ist nicht fair, wir verdienen den Anteil daran. 7% ist das, was wir verhordern. 1,7 und 1,9. Lachschlager, die sollen die was schämen. Wir kämpfen. Wenn sie gute Arbeit haben wollen, dann sollen sie auch ordentlich bezahlen, weil mit frustrierten Mitarbeitern hat man kein gutes Betriebsklima, höhere Krankenstände und dann hat man weniger erreicht, als wenn man gleich ordentlich agieren würde. Die Kollegen wollen auf jeden Fall eine spürbare Erhöhung haben. Wir haben uns auf jeden Fall die 7% verdient und die 170 Euro für die Ausbildung sind auf jeden Fall gerechtfertigt, weil es halt nicht mehr wie früher ist, dass die meisten Azubis zu Hause wohnen, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Heute wohnen viele Azubis alleine, sind ein bisschen älter, wollen eigenständig sein, brauchen ein eigenes Auto. Für unsere Auszubildenden wäre es gut, wenn die Auszubildendenvergütung erhöht wird, weil es ist schon nicht leicht, bei den ganzen steigenden Preisen allen gerecht zu werden. Und man möchte ja nicht immer seinen Eltern auf der Tasche liegen. Wir, die Jugend, sind die Zukunft der Firma und in uns zu investieren, ist notwendig und wichtig. Die Leute hier vor Ort in Dortmund erwarten ein vernünftiges, gerechtes Angebot. Wir brauchen das! Im Zweifelsfalle müssen wir die Daumenschrauben anziehen. Jetzt geht es erstmal mit leichten Aktionen los. Wir brauchen das! Wir brauchen das! Wir brauchen das! Wir sind auf jeden Fall bereit für den 24-Stunden-Streik und wenn es sein muss, auch unbefristet. Was wollt ihr? Wir brauchen das! Was will der Knut? Wir brauchen das! Wir brauchen das! Was wollt ihr? 7 Prozent! Was wollt ihr, Azubis? 170 Euro!